Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Dank, Elie. Ich bin ein großer Spaß und ich sehe dein Video auf YouTube. Was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Ich wollte mich einfach nochmal bedanken für den kranken Stream. Ich hatte noch nie in meinem Leben solch einen Stream, über zwei Tage. Ich war ein 2-24er, ungefähr, ich glaube einmal 23, einmal 22 Stunden. Ich bedanke mich an dem Squad, Micky, Danny, Robert und ich halt. Der Support war Geisteskampf, Freunde. Wir werden das jeden Monat machen. Wir werden jeden Monat eine Bruch-Challenge machen, weil das ist wieder das Jahr der Win-Challenge. Ich werde es euch sagen. Die Leute hatten Bock drauf. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint. Wir haben uns gegenseitig motiviert, wir haben uns gegenseitig fertig gemacht, wir haben uns gegenseitig Sprüche gedrückt. Alles, was dabei sein sollte, war drinnen. Ich bedanke mich für den kranken Support. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr so denkt und worauf ihr Bock habt in Zukunft. Viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Checkt alle anderen auch aus, natürlich von den Teilnehmern und jetzt viel spart mit dem Video. Das war so nachher jetzt aus, ja. Jungs. Alter, auch so hochschrautscht. Eli? Jungs! Nein! Warte! Nein! Eli? Ich war erster, wurde drei Meter vorm Ziel noch getroffen. Ich schwöre es euch. Komm, Charlie, battle dich mit mir zusammen im Finale, wenn du Eier hast. Mann, Digga, weil ich festgehalten werde. Okay, Sobo, pass auf. Du gehörst zu einer der Top 5 besten Spielern Europas. Und wenn du weiter hier rein joinst, und ich werde das bezeugen, mein Schwanz pisst bei Epic Games noch weit. Dann kannst du deinen Account abschreiben mit deinen meisten Wins. Alien, 1,8. Micky, du sollst Espresso trinken, damit ich hier aufgeputscht zugucke beim Mario Kart, weil ich jetzt die Energie brauche? Oder brauche ich die Energie Alien by War, so eine Top 10 Situation? Du Bastard! Ha? Wie sieht's da aus? Du dummes Stück Scheiße! Mach du doch die Challenge und trink den Espresso, wenn du wartest, 45 Minuten Mario Kart guckst. Dummer Wichser! Ich guck auch die ganze Zeit nur live streamen, weil ich könnte so deine saure, müde Fresse, lustig. Aber dass du dann auf 50 Minuten es nicht schaffst zu joinen, ist halt auch geisteskrank, ne? Aber ich bin doch drin, ich gucke doch zu. Sobald ein Platz frei ist, bin ich doch dabei. Verstehst du das? Digga, ich bin nicht so ein Macher, ich bin auch geisteskrank. Wow. Digga, Karl, du bist es so sehr, ne? Das war eine meiner besten Runde, die ich je gefahren bin. Geisteskrank. Digga, Karl, das war so eine gute Runde. Hilfe! Rohat, ihr zockt seit 8 Stunden. Du hast da gerade 2 Stunden gelegen, als würdest du beim Frauenarzt ein Kind gebären. Raff dich mal zum Respekt gegenüber den 3 anderen und zock jetzt. Als würdest du dir, keine Ahnung was, die Schamlippe aufspritzen lassen. Lass mich nicht. Hab nur Scheiße im Chat gehabt. Wo kommst du Schlampe her, Junge? Was laberst du? Kleine Fotze. Liegst da rum, zeigst deine Gammel-Hobbit-Füße, Alter. Einfach hier oben bleiben drauf. Digga, mich jagt! Mich jagt zum Mast! Komm, 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 komm. Er jagt mich! Ich mach so Meter! Bam! Ja, 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 mach weg, mach weg. Gute Teamarbeit. Was? Manfred! Das wäre endlich süß, aber... Manfred! Mani, mach Meter! Du musst links raufspringen, sonst hast du gleich keine Aussagen mehr. Spring! Spring, Manfred! Spring! Kommt die Bombe! Ja? Spring, Manfred! Richtig! Bitte, steh nicht auf! Digga, wie schnell er aufsteht. Er hat so schwere Knochen gehabt, Digga. Bitte, nein. Bam! Oh, hab ich stehen in die Fresse, Digga. Wir sind so stark. Dieses leuchtende Drecksweg ist doch gut, ne? Manfred! Nehm ihn, nehm ihn. Nehm ihn, schmeiß ihn runter. Und wieder schau mal an! 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 Lass, lass, lass. Lass den mal richtig ficken, den hier. Lass den mal richtig ficken, Digga! Edi, nein! Kannst du es wagen? Oh, den das Königstier anzunehmen. Du bist Teil meiner Herde, du Bastard! Okay, Edi. Edi! Oh mein Gott. Ist das krank? So, und jetzt kommst du her, du Wichser. Jetzt kommst du her, schmeiß ihn runter! Hä, willst du den Smoke haben? Ja, ich kann nicht glauben. Einer auf die Fresse. Komm, Manni, komm, Manni. Bam! Lass doch vor, Manni. Kommt in Ruhe, Bastard. Hilf mir. Kinder, das Wagen. Bam! Digga. Hilf mir! Edi! Er ist so gut, er ist so gut, ne? Ich mach hier ne Bombe hin. Schön. Oh, das ist so ein Löwe, ne? Er ist so ein Macher auf einmal wieder. Schön, schön, schön. Okay, gut, wir haben nen gültigen Try. Wir haben nen gültigen Try. So, einmal ab ins Haus hier und dann freuen wir hier ab. Stark. Stark im Wasser. Jungs, wir haben Micky verloren. Raus mit den Scheren. Der war richtig egal. Micky. Oh, wo? Rektar. Fusio! Oh mein Gott. Micky, ich hab was für dich. Micky, ich hab Sniper-Honey für dich. Mera. Wie wer? Ich hab doch keinen. Ich muss kurz... Oh, das ist los. Ich muss hier. Ah, du musst hoch. Ich mach Stress. Nein. Ich bin eine Frau, der mich gestorben ist. Ich hol, ich hol. Danny, du was? Leck so geisteskrank. Es hier ist kurz. Der Gott, ihn! Schaff ihn. Stark! Bruder, diese... Oh mein Gott, wie es leckt. Okay, besser wird's nicht. Boah. Besser wird es nicht mehr. Wir haben jetzt Fortbeirat gehabt, jetzt fehlt der Valo back to back in Warzone. Wir müssen uns auf jeden Fall sammeln, Jungs. Ich geh zu Danny. Wir sind zu dritt hier. Wir sind zu dritt hier. Ups. Baby, leckt. Es leckt. Also... Der Feind nähert dich. Digga, was ist das? Einer hier. Ist ne Hacker-Lobby? Digga. Ja. Ich hab Disconnect. Ich hab Disconnect. Ich hab Disconnect. Was hat der King Kevin denn geschrieben? Dass der Elisor erster Tod, der hieß Theater, 100% geähmertet hat. Guck doch mal kurz unten links. Was ist denn das? Ist das verwirrtet? Was ist das denn? Guck, guck, guck. Guck einfach, Midi, sein Stream. Aber Midi, sein Stream, warte. Ist das ein Bug? Ich weiß nicht, ob es ein Bug oder ein Hack ist. Tank die Cards, wir kommen aus den Nummern nicht mehr raus. Tank die Cards. Egal, egal, was passiert. Also, wenn er jetzt hacken würde, der Kill wäre jetzt ja... Ne. Aber abgesehen davon, abgesehen davon, und wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Tank die Cards. Nein, der kommt. Hört auf, euch gegenseitig zu boxen, Jungs! Ey, ich kann das jetzt nicht tanken. Rohr, bleib hier, Rohr, bleib hier. Rekse, respektierst du jetzt sofort das Königstier, du Bastard. Du stinkst. BAM! Oh mein Gott. Lass es, lass es. Wo bin ich hin, bin ich geflogen. Du Kacke, das war's. Digga, ich kann mich nicht festhalten. BAM! 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 Jungs. Okay, haben wir einen auf den Sitz bekommen? Digga, das sind die größten Keks. Was? Du bist so ein Bastard, ne? Ich wollte die Katze treffen. Es gibt mir mal eine schwere Frage, wo die Antwort Toni Kroos drauf ist, und die stelle ich dann Eli, bitte. Fußballfrage an dich. Yes. U17 WM 2007, Südkorea. Wer wurde bester Spieler des Turniers? Ist es Müller? Ich sag's dir, okay? Ja. Toni Kroos. Nee, echt? Also, dass du das nicht weißt, Bro, du chillst mehr mit Toni Kroos als mit deiner Freundin. Fußballfrage an Eli. Jetzt kommen wir noch was Normalem. Wer bekommt momentan das meiste Gehalt bei Real Madrid? Toni Kroos. Richtig. Hey Leute, gib mir noch eine Frage, wo die Antwort drauf Toni Kroos ist. Ich hab für einen guten Zweck ein Trikot ersteigert für 5000 Euro von einem deutschen Nationalspieler getragen. Wer war das? Toni Kroos. Richtig. Das ist krass. Fußballfrage an Eli. Ja. Toni Kroos. Ja, ich muss die Frage erstellen. Von welchem Fußballer wurde die Mutter 18-fache Meisterin im Badminton und 18-fache DDR-Meisterin im Badminton? Sowohl Jugend, Erwachsene, Einzel- als auch Mannschaftssport. Und Badminton. Toni Kroos. Richtig. Sauber. Das ist krass. Das ist krasses Fußballwissen. Ähm. Woher weiß Eli das? Holy shit. Daddy, hattest du schon mal mit einer was auf dem Badminton? Es gibt da keine Straßenschläge, Eli. Ich bin hier aufgeschlossen. Ist Ottliga... Gibt's Dealer auf Madeira? Und dass die Frage wiederkommt. Nein, Bruder, auf so einer Insel, Dicker. Die müssen sich ja ernst selber anbauen. Bei solchen Challenges, ich mach's so richtig wie so ein Hochleistungssportler. Ich bewege mich, also nur dass die halt viel trainieren. Ich bewege mich aber gar nicht. Hey du Bastard, okay. Marometer. Boah, guter Ball. Alter, was? Oh mein Gott, Dicker. Du respektierst sofort das Königstier. Respektierst sofort. Ey Quarko ist im Kasten, der wir jetzt haben. Mach er, Quarko. Schieß nach vorne, ey Quarko. Ich geb ihn nach vorne, Jungs. Mach dich bereit. Digga, wie kann er mich so lange fühlen? Guter Ball, guter Ball, guter Ball, guter Ball, guter Ball. Guckt euch das bitte an, Chad. Digga, was ist mit diesem Spiel los? Ich hab in die Mitte gespielt. Ich hab jetzt da. Mach, mach, mach. Eli, nehmen ihn. Ab dich. Boah, er hat mich. Die Ente, wie sie da steht, guckt euch an. Kall, du musst da immer sprinten. Erklär. Quarko, das Spiel nicht, Bastard. Oh mein Gott. Schere. Boah, hab ich den Asen rasiert. Oh, ich verteidige auch gut. Was ist das? Boah. Das ist witzig. Ich bin ein falscher Fussiger, die Schöne. Ich bin ein falscher Fussiger, die Schöne. Wir haben in Ordnung. Ja, ja. E-Sportler, das hast du für E-Sportler in Ordnung gesehen. E-Sportler, das hast du für E-Sportler in Ordnung gesehen. Wir haben Roald verloren. Hä? Wir haben Roald verloren. Was passiert? Wir haben ihn verloren. Oh, Dad. Ich kann das nicht. Ne, ist ober. Was ist mit dem Kiffkopf? Wir haben ihn verloren. Wir haben ihn dead, body repo. Jungs, ich sag euch eine einzige Möglichkeit, wie wir diese Challenge noch schaffen können. Wir ratzen, so wie es abgemacht war. Komm, Roald, Mann. Bis 16 Uhr. Dann stehen wir auf und dann 5 Stunden Schlaf. Ich hab mit 5 Stunden Schlaf schon ganz andere Sachen gemacht. Dann sind wir wieder frisch und können nochmal angreifen. Wir wissen, was auch in Zukunft. Das ist der einzige Engel. Hallo? Ja. Hallo. Hi. Der Ding ist durch, Jungs. Das ist die Kratze. Digga, ich bin seit 2 Stunden wach, weil einer sich dachte, vor meiner Tür ein Konzert zu machen, Digga. Oh Gott, dein Fuß. Okay, ich glaube, dass wir kein Roald auch loslassen. Also, ich hab einen Call und der könnte wirklich lustig sein für den Stream, aber nicht so lustig für uns. Oh ja? Was Lustiges ist gut, um die Challenge zu packen? Wir gehen dann mit Trimax rein in Velo. Oh ja, auf jeden Fall. Das wäre geil, Digga. Ich sag ehrlich. Ja, das ist gut. Chat, was sagt ihr? Chat, gute Idee, oder? Ja, safe. Für alle Leute, die Probleme dann haben, zuzunehmen, aber seid aktive Zuschauer, es wird passieren. Es wird passieren. Erstmal fangen wir ganz leichter mit 2 Dönern. Ich streichne erst mal diesen Quatschgedanken von einem Döner, den zu bestellen. Du musst ja auch mal an die Lieferanten denken, an den Laden. Der liefert dann einen Döner für euch. Das ist auch respektlos, sag ich euch. Da ist nochmal gut und gerne ein XL-Döner dabei und ein normaler. Das ist verfettet, Digga. Ja, das sind auch die alten Zeiten, die da vergangenenfalls angehören. Das ist verfettet. 2, Digga, wer bestellt sich denn 2 Döner? Komm, Roat, komm. Nein, Bruder, man isst doch ein, Digga. Und dann ist es doch so, ja, du bist das? Roat, der auf seiner Linie achtet, kennt jeder. Nein, ich habe mir in meinem Leben noch nie 2 Döner bestellt. Ich habe aber mal gesagt, oh, man braucht zu 60, 90 Roat. Das bist du nicht, du. Man achtet nicht auf seine Linie, wenn man sich nur 1 Döner bestellt. Ja, Mann. Bruder, 2 Döner, Digga. Ich war noch nie mit jemandem einfach so, außer Abu Gokou, der sich 2 Döner bestellt hat, Digga. Also im Laden auch nicht, aber wenn ich vermastet im Bett liege, in der Waagerechten, dann müssen wir nur 2. Im Laden, aber das ist auch das Schamgefühl, glaube ich, dann. So. Wenn man sich was zu Hause oder zu Hause bestellt, dann kann man doch so tun, dass wir noch ein anderer an der Tür so, oh, hier, lass dem, nix, auch ein Döner. Ja, das ist geisteskrank, Digga. Das kann man doch ein bisschen vertuschen. Och, Digga, ihr Fotzen. Aber wenn du in den Laden eigentlich 2 stellst, ja, das ist doch nicht mehr you besold. Und, Digga, isst du auch immer 2 dünn oder 1? Äh, 1 und dann nasch ich da noch ein bisschen und dann, äh, nimm mich den an, aber immer mit. Oder knabber den noch ein bisschen an. Also, wenn wir mit, Digga, essen gehen, Digga, äh, er braucht allein für das Aufgeben der Bestellung 10 Minuten. Ja, wegen der Vielfalt. Digga, ich krieg nie dieses Geschenk, weil die ganzen Fotzen da anscheinend irgendwie immer schneller reinfahren, ne? Digga, Danny fährt so einen auf, ne? Bist du durch, Danny? Ja, ja, weil ich, äh, an Döner denke, die geben mir Kraft fürs Leben. Na, okay, warte. Mario, Diego, chill. Okay. Ey, hilf mir! Du Bastard! Was kündigst du? Haben wir den verpasst? Der Gotti? Nein! Halt dich fest mit 3, Gotti! Das ist das geisteskrank. Komm her, du Zebra! Scheiße, scheiße! Komm her, du Zebra! Du hast dich gegenseitig. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh mein Gott. Ey, du hast ihn nicht. Nein, Jungs, nein! Also, du hast mich runtergeworfen. Und dann hast du ihn nicht runtergeworfen. Geil! Digger, Jungs! Daddy, Daddy, Daddy! Jungs, Mann! Ey, übertreib doch nicht! Warum ist der... Warum ist der denn direkt runter? Nein, nein, nein. Komm her, Robert. Was für Robert, das Ding ist durch. Warte, warte. Danny, geh bitte in Mario gerade rein. Lass den Gotti kochen, kochen. Ich hab einen, ich hab Zebra. Das Ding ist durch. Hab Vertrauen, Michi, hab Vertrauen! Es ist doch drei gegen zwei. Hab Vertrauen! Oh, vier gegen zwei. Digga, das ist ja krank. Hab Vertrauen! Doch, ich hab... Und mir das Vertrauen wieder hergestellt. Inschrieben. Rot, Rot, helf mir! Es wäre das... Das Ziel wäre wieder hergestellt. Rot! Silberrücken! Mach weg! Oh mein Gott! Nein, nein, nein. Hihi! Hihi! Juhu! Krank, Digga! Ah! Mann, Digga, ich hab sogar zwei noch gekriegt, Digga! Entschuldige dich! Ich hab den... Ich hab den Geek! Entschuldige dich! Pickkätzchen! Hol ihn, hol ihn, Michi! Hol ihn, Michi! Du hast den Drachen geweckt! Bam! Mann, ich hab ne Schelle bekommen! Mach auf, mach auf! Du bist ja, du Bastard! Ey, du bist so ein Schwarz! Ich... Wie er auch mir nicht hilft, na? Digga, ich fick den anderen hier so raus. Auf meiner Seite keine Hilfe! Den Kopf noch! Digga, und ich hol's trotzdem! Ey, das sind Dinge in meinem Arsch! Ey, Jungs, ich komm nicht weg von ihm! Er hat meinen Arsch! Jungs, er hat meinen Arsch! Er hat meinen Arsch! Jungs! Ey! Was ist los? Ey, er hat meinen Arsch! Jungs, ey, er lässt nicht los! Er hat meinen Arsch! Bitte, Jungs! Warte! Er hat mich! Scheiße! Ich hab keiner, Bastard, ne? Mann, Digga, wie werfen die einen immer? Wie machen die das? Ah, jetzt lebt er wieder. Ach, Mann! Komm her, Bastard, ne? Er legt dich nicht mit der Ente an! Eli! Eli, hör auf! Du wirst es bereuen! Nein! Ey, Quarko! Oh! Ey, Quarko! Hör auf, Vicky! Was soll das? Hab ihn, hab ihn! Die Ente, sag' ich was! Mehr Fick, Fledermaus! Ich wurde auch gefickt! Nimm ihn weg! Komm, Ticken! Ey! Du lässt Maffred in Ruhe! Du lässt Maffred in Ruhe! Komm her, komm her, du Wichs-Alien! Komm her! Was willst du von mir? Was willst du von mir? Ey, der Hammer aus OP! Ich helf dir! Ich helf dir! Ich helf dir! Das ist hier in Ruhe! Das ist mein Kuppelnruhe! Das ist mein Gorilla-Ruhe! Hier, kriegst du eine! Zack! Ihr habt den Drachen geweckt! Mann, Micky! Ja, Micky hab mich auch gefickt! Fett viel! Ey, Quarko, Vicky, für mich! Mein Entenbruder ist gefallen! Es gibt ja eine Kopfmasse! Nein! Boah, Bruder, der hat ihm so eine Schelle gegeben, sein Mate! Bamm! Alter! Mann, wie ich schweißt! Breche die echte Ente, ey, Quarko! Es bin tot! Guckt euch die Mocken der Mistente da oben an! Oh ja, mach ein Bell von mir! Mach ein Bell von mir! Ey! Lass die Kater Ruhe! Lass die Kater Ruhe! Sein Quarko! Lass mich aufs Mate! Da bin ich! Oh nein! Aber warum? Weiß ich, ich dachte, das wäre der andere! Nein! Wehe, du verkackst, Digga! Digga, so ein Löwe, ich hab so Angst gehabt! Okay, wir haben einen Try! Nein, Micky, es tut mir so leid, Bruder! Ich dachte, das wäre der andere! Jetzt haben wir den Try! Hallo, was geht ab, Max? Hast du Bock, nachher mit uns in Vado reinzugehen? Digga, eigentlich, ganz ehrlich, überhaupt nicht, ne? Ich bin so Geisteskack-Scheiße! Ja, aber was ist denn los? Micky hat gefragt! Also, du kannst es dir nicht vorstellen, ne? Wie kacke ich bin! Ihr seid ja wirklich vier gegen fünf! Warum wollt ihr mich haben? Ihr braucht ein Back-to-Back-Win und dann zu viert, oder was? Ja, Micky, irgendwas, weiß auch nicht! Auf keinen Fall will der mit mir Valorant spielen, das verarsche ich hier gerade! Wir wollten Micky nur abfacken und mich dazuholen! Moin, Moin, Jungs! Was geht ab, Aldous? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du nichts gelernt hast von Leuten! Was geht denn jetzt ab, Mann? Bruder, vertraut den Try-Mix! Er ist krank im Velo! Wenn nicht, ihr wisst, ich bin immer da für euch! Würdest du mit uns spielen? Ja, aber Try-Mix soll mit euch spielen! Vertraut, er ist gut! Okay, Jungs, vier gegen vier! Könnte ein ewiger Zweiter werden! Mal, ich schieße nach runter! Oh! Wir müssen ein bisschen... Nee, Danny! Was ist passiert, Danny? Wir müssen eine Deckung geben, wir müssen eine Deckung geben! Vierundzwanziger! Oh mein Gott! Bruder, es sind die Besten! Bin ausgetappt! Keine Ahnung, was passiert ist, ich hab einen geholt! Der Gotti! Was? Ich hätte den wirklich noch geholt, ne? Dann schießt du extra daneben, ja! Für manche machen wir auch gerne Käfisch-Dings da, mit Haien und so was! Ich kann das alles nicht, ich hab da keinen Erb für! Ich will das nicht machen! Willst du das machen für 50.000 Euro? Haie-Dings da? Nee! Für 50.000 Euro, wenn ich versuche, den Haie zu ficken, sag ich! Für 50.000 Euro, lass ich mich kurz vorm Haie anknabbern! Das ist ein Spiel! Der erste Mensch, der einen Haie schwängert, wird der Karl sein, sag ich! Für 50, ja! Da kommt einfach, da kommt einfach Arkham hin, dann raus! Da ist Kokodil, müssen wir raushauen, Jums! Dieser, nee, nee, der mit dem, der mit diesem Pulli da! Steh auf! Steh auf! Hilf mir! Oh, ich hab dich gerettet! Oh mein Gott! Hilf mir, hilf mir, Jungs! Oh, ich hab einen mitgezogen! Okay, wichtig, Rohr, wichtig! Egal! Lass ihn in Ruhe, Schfick-Ente! Hey, ich hab den Wolf! Ich hab den Wolf gefickt! Ich hab den Wolf gefickt! Mach die Ente raus! Ich nimm sie mit! In den Tons! Ich hab ihn rausgeschmissen, hast du ja... Micky! Ich hab eine Banane! Ich hab eine Banane! Das war nicht meine, das war nicht meine, das war nicht meine! Nein! Oh nein! Nein, das Kätzchen! Halt dich fest, Kerze! Halt dich fest, Manfred! Schmeiß den Ballon auf ihn! Hilf mir! Gut, Eli, gut, richtig gut! Richtig stark! Nicht die Banane, ja! Du Bastard! Stark, Jungs, stark! Oh, jetzt rein da! Let's go! Stark, Jungs! Manfred darf fest, ey, mit seinen Tatzen! Okay, ich frag, ich frag noch einmal ganz normal. Willst du wirklich mit Trimax Valu spielen? Ja, ich möchte... Spielen wir jetzt wirklich... Okay, wo hat's... Max, ich hab mich für dich eingesetzt. Ich hab dein... Ich hab mich für dich eingesetzt, mit voller Kraft. Sei offen und ehrlich! Ja, ich bin offen und ehrlich. Also, Marc, ist da auch gerade mit... Äh, call, gerade hier. Ah, okay. Ähm, hi. Äh, moin. Also, drück Max ne fucking Judge in die Hand, der Typ brennt da durch. Der macht die Kills, sag ich. Sagen wir, wir spielen ohne Judge. Dann könntest du vielleicht krachen. Äh, wir befinden uns bei welcher Elo? Was ist für ein Elo so? Gold, ne? Wir spielen Gold, wir spielen Gold. Max hat früher viel gespielt, der war eigentlich schlecht. Aber er hat gesagt, der war zuletzt vor zwei Jahren drin. Ah, die klangst nach Hause auf und dann... Was, wenn ich einfach bei PC neu starte? Ja, ist gut. Probier. Sicher? Probier. Ja, dann start neu, komm rein. Komm. Oh, ich kotz so kraftgeschleifend. Max, wie läuft's? Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich mich nur noch mit meinem Account abmelden und mich mit meinem Account anmelden. Ja, sehr gut. Aber dann musst du auch PC neu starten, Max. Bullshit! Jetzt reicht's! Jetzt öffnet sich Valorant, weil ich den Account umge... Oh, jetzt kommt die Veldung wieder. Halt deine Fresse, halt deine Fresse! Warum ist das so? Weil das Zertifikat im RAM liegt und jetzt musst du wieder neu starten. Nein! Doch! Dann mach jetzt schnell. Ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt, du sollst es raus machen. Ich muss jedes Mal mein PC neu starten, wenn ich Valorant starte? Nein, warte, warte, warte. Ich hab da... Ey, ich schließe die PS3 an, es reicht mir. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Max. Ah, ja, jetzt labert er wieder scheiße. Laber deine scheiße, Valorant, komm. Guck mal, Willi ist im Chat bei Max, da schreibt, soll ich mich melden? Äh, ich hab Willi kontaktiert, der weiß das wirklich. Du startest jetzt noch einmal dein PC auf. Aber ich hab noch nie in meinem Leben fünfmal den PC neu gestartet, einem Stream. Ja, aber das ist ja auch hier was Historisches. Das, was hier grad geschieht, Chat, ist Gerechtigkeit. Ich hab so nen zweiten Frühling, ne? Ich bin kein Experte, ich kann dir nur die Tipps geben, die ich jetzt auch verrat hätte. Hast du probiert, äh, Glowstone zu finden? Ja. Aufgelegt. Ich starte jetzt auch einmal mein PC neu. Okay, erste Bebruch. Die Melle kommt wieder. Aber können wir bitte uns alle drauf festhalten, dass jeder PC immer automatisch ein Hurensohn ist? Können wir das nochmal vielleicht als Gruppe her? Es gibt einen von euch, der lässt sich jetzt eventuell grad die Haare schneiden. Was macht Micky? Digga, was hier grad passiert, was, was hier passiert, ist so krass. Wie kann man so ein Bastard sein, wie Christian, Michael, Kevin, aka, Micky, der Bastard so? Digga, wie hoch macht denn Micky sein, sein, wie hoch ist denn der Ansatz da? Wie hoch macht denn der Ansatz? Ist ja so hoch wie bei mir. Vielleicht will er da gerade rein, der Friseur bricht eben. So? Ja, ist geil. Er sagt so hoch wie bei mir. Guckt euch das an. So hat er gestern gespielt, Chat. Jungs, ich hab Spike. Was ist denn ihr vor? Was für Wals? Danny, lief die Ecke. Hat nach der Runde gesagt, er gibt immer 100% und er kann es nicht verstehen, wenn man kein 100% gibt und so. Ich hab über ein Jahr kein Valorant gespielt, okay? Danny, wir müssen ein bisschen performen. Wir müssen Gold sein. Die müssen Gold sein. Gold? Ja. Ich kam aus France nicht raus damals. Micky, ich brauch mich jetzt. Du gehst genau hier hin. Du gehst genau hier hin. Ich geh A, ich geh A. Ich geh A. Ich geh immer B. Du kommst A mit mir. Ich stehe immer hier vorne. Danny, Danny, kommst A? Ich bin da. Ich geh immer ins Shisha-Café bei B immer. Ja, genau. Out, 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 out. Okay, ich werd direkt gefickt, Jungs. Wie hart. Was? Mit dem Messer steht das Fett wieder. Oh, nee, wieder drei Kills. Rohat, der Team Beste. Mann. Mann. Guck mal, wie traurig Vicky ist, wenn man sagt, das Rohr hat der Beste. Ah, das ist H.O. Ich mach Ruhe. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was? Die kommen links. Ich hör sie links. Ich hör sie links. Okay, ich komme. Es ist alles voll. Wieso ist da keiner? Digga, was ist das für ein Gecko? Der steht 10-4. Der ist doch nicht Gold, Elo. Nutzst du doch deine Fähigkeiten. Nutzt du doch deinen 14-Tage-Timeout. Max. Was hab ich hier nicht hütet? Minus 40. Ich wär sogar drauf. Ey, Jungs, das ist komplett krass. Weiter. Da kommen keine Calls vom Käpt'n. Unser Käpt'n hat in 17 Runden nicht einen Satz gesprochen. Digga, was willst du mir erzählen? Hier haben wir nicht zu. Hier schreit alle. Hier passt alle. Hier schreit 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 alle. So, Shotcaller, beruhig dich jetzt mal. Gib jetzt mal bessere Calls. What? Kannst du das nochmal wiederholen? Ich hab da irgendwie nichts verstanden. Hier die Bombe. Ey, wenn ihr mich doch einmal droppt. Ich schwöre, ich schließe mein Game. Ach, Digga, ihr seid solche Forts. Digga, ich schwör auf alles. 114 Schaden auf Omen. Ich schwöre, ich spiel nicht mehr mit euch. Wir haben nur verloren, weil ihr mir die Bombe gegeben habt. Tank die Cards. Verteidiger gewinnt. Aber war eine schöne Runde. Max ist die Lösung, Jungs. Ohne Scheiß. Ja, Max. Super. Wenn deine Mutter keine Hure ist, weiß ich auch nicht, Digga. Dann hab ich in meinem Leben noch keine Hure gefickt. Wenn das keiner keine Schlampe ist, Digga. Dann hab ich noch keine günstige Schlampe gesehen. Aber hast du irgendwo einen Safe? Ja, ich hab hier eine Art Part raus. Ja, ja, den. Digga, Carl, weißt du, was ich bekommen hab? Ja. Ich hab zwei Münzen auf dem achten bekommen. Das ist wirklich... Elibär vorne, du hast den Pirlo hier. Ja, 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 zäh, zäh. Nein, Digga, die Ente. Die Ente. Die Ente. Guter Ball. Sehr guter Ball. Sehr guter Ball. Ja. Ja. Gut Ward. Gut Ward. Der Silberrücken. Der verfickte Silberrücken. Gut Ward. Oh. Und Elkivaco ist da. Digga, die ist da. Elkivaco mockt so das Scheiße da vorne. Ich weiß es mir auch nicht besser, Jungs. Ich bin falsch, Kind. Und? Ja, ich mach ihn. Elemente gespielt. Und... Und... Ja, die Ente. Vier gegen vier? Nee, es ist drei. Die müssen zu dritt oben sein. Fliegen welche? Okay. Hab Snipe bekommen. Bruder, ist das krank. Von hinten. Von hinten irgendwo. Ich werd von zwei Seiten gespielt, Jungs. Lass ein bisschen. Komm. Jungs, das war's. Wir müssen zusammenbleiben bei so Boxfights. Und sonst ist das Ding over. We're dead. Das Ding ist over. Ach du Scheiße. Boah, fragen Sie. Jungs, wie kann das passieren? Die waren sehr, sehr gut. Sie haben auch eine Neon und auch eine Rainer. Ja, ist aber. Und auch eine Sage. Das sind Türken, das sind Türken. Ja, das sind Türken. Das macht keinen Sinn, Phoenix zu spielen. Wir haben schon zwei Duolists. Wie spielen wir immer mit Türken, wenn wir mit Merz spielen? Das ist ja krank. Ich hab nicht mal Isian-Bus-Haber gesucht, ne? Okay, Mitte ist in welche Mitte. Ich hab ihn. Ich hab sie gebated. Ist die jetzt geslouht? Sauber. Pass auf, Jungs. Sauber, Junge. Sauber, Junge. Ihr respektiert die verfickte Rainer-Off. Bitte, kann einer sein. Hör die doch, ihr. Ah, er plantet. Hast du A gesagt, Merz? Hast du grad A gesagt? Ich hab ein Alphabet-Schwächer, Digga. Hast du, aber hast du A gesagt? Ich hab, ich kann das Alphabet nicht. Ich meinte B. Ich kann das Alphabet nicht. Wo ist der denn, Bruder? Sie soll ich ihm helfen. Mann, Digga. Mach er. Start. Erst week, erst week, Merz. Merz, 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 das hast du nicht gemacht. Was soll ich machen? Ich bin unter Stress. Ich hab mich noch abgelenkt, wir sind noch ein Team. Digga, Gotti hat das Ding holen. Digga, Gotti liebt das Ding. Fick sie! Fick sie zusammen! Merz, raus! Ich brauch dich! Sind alle da, sind alle da. Ich hab's gecallt, ich bin der A, Digga. Das ist over. Ach, Mann. Hey, ich bin echt angepisst. Ey, Gotti ist gefallt. Sag ich ehrlich, ich hab's gespielt. Ich bin so leid, die Hurensinne. Wenn ich da mit der Judge bin in der Mitte, ich schwöre dir. Warum bin ich nur so gut, Digga. Ich kann das nicht, das ist scheiße. Boah. Erster, zweiter, Danny. Und Eli hat's gesagt, direkt im Walo. Ja. Ach, Digga, wie kann er mich denn so ficken? Ey, Jörg, ernst! Ernst, Digga, wie kann jeder auf A mal wegsterben, Digga? Ich bin B, ich schlüpfe auf A, ich bin A, ich schlüpfe auf B. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin verzweifelt! So, ja. Der Gotti, okay. Stark, Junge, weiter so! Ein Gegner übrig. Der Gotti, unter keiner! Bleib genau so, bleib so, den hast du, der läuft da rein. Ja, Junge, Stark! Sehr stark, Jörg. Ihr respektiert, ihr respektiert die perfekte Op. Was wollte ich noch mal her? Noch einer hier? Ich geh da zu rein, hab ich nicht mehr. Vicky, aim mal vorne. Schlampe. Aim vorne, Micky. Okay. Ich hab' mir wieder markiert. Okay, nein. Vielleicht hab' ich gute. Ein Gegner übrig. Kamera ausgeschaltet. Der ist hier rechts. Okay, sauber. Stark, Bruder. Stark. Hinter dir, hinter dir. Ich hab' so deinen Arsch gerettet. Ich weiß, ich weiß. So, wir gehen in den Back-to-Back. Stark. Ey, oder sollen wir den Back-to-Back offen lassen einfach? Nein, nein, wir gehen da jetzt rein. Wir werden da jetzt reingen. Ja, wir fliegen da rein. Oh, das ist so schön. Oh. Beide da. Beide gleiche Höhe. Schöne Tapster, Bro. Du machst das. Ein Gegner übrig ist fertig. Also auch ne Waffe? Du bist der Gotti. Ja! Boah. Wundervoll. Gleich draußen. Cypher gegen Cypher. Boah, keine Runde. Ja, 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 Junge! Boah. 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 Start! Es ist Pirlo, es ist Pirlo! Genau so weiter! Start, Jungs! Guckt euch das an! Start! Guckt euch das an! Er haut ihn weg! Er haut ihn weg! Und macht dann das Tor! Mantret! Für die erste Vorlage in Sub! Meter? Direkt 2-0! Direkt 2-0 nachlegen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist ein guter Ball von mir? Digamacher! Fick... Fick Fuchs! Das ist der Quarkige! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Ding ist sauber! Stark! Okay! Macher! Raus! Die Energie ist so da gerade, ne? Das ist krank, Digga! Vier Gegner! Drei Gegner! Zwei Gegner! Wir haben's! Okay, Micky! Wir beide gegen die Welt! Oh mein Gott! Nein! Wir sind vier gegen eins, Jungs! Nein, ich glaube... Oder? Sind alle drin? Wir sind vier gegen eins! Okay, vier gegen eins! Gegen den Pinken! Gegen den Pinken! Wenn er es holt! Die Krake! Die Krake! Wenn er jetzt in der Krake es holt! Nein! Dünnes Eis! Boah! Digga! Alle voneinander weg! Ach du Scheiße! Warte! Micky! Geh weg, Micky! Ich hoffe nicht! Stark, Digga, Danny! Du bist so ein verdammter Macher, Junge! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Sofort alle Fullcam! Sofort alle Muten! Um! Da! 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 Entspannt euch! Du darfst auch nicht so anvisieren, weil die sehen uns da durch! Die sehen uns durch den Busch! Jungs! Hinter uns weg! Hinter uns weg! In die Zone! In die Zone direkt! Mit der Zip! Mit der Zip! Dann sind wir direkt da vorne! Ja! Zip! Oh mein Gott! Die Zip! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mit der Zip! Und dem Greifhaken! Die Zip ist da! Wir haben Greifhaken! Es leben noch ganz schön viele! Jungs! Komm mit! Verantwortung! Das ist der Call! Der Call von Bro! Ich schmeiß ne Burg! Unchain! 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 Wie viele Borgen haben wir noch? Keine Sandwich! Ich hab auch zwei! Da vorne! Nicht peeken! Wenn du gesnipet bist, Miki, bist du ein Bastard! Wer gesnipet ist ein Bastard! Ich könnte ihn snipen! Jungs! Spieler 327! Spieler 327! Er lebt noch! Er lebt noch und er macht Kills! Da sind sie! Einer ist da vorne im Haus! Laser! Sie snipen! Nicht peeken! Nein! Sie snipen nicht peeken! Mindestens drei! Sie sind in dem Haus! Sie sind genau in dem Haustor! Sie sind in dem Haustor! Links Sniper! Nicht peeken! Nicht peeken! Ich sehe ihn von hier! Nicht! Ich peek noch gar 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 nicht! Er peek die ganze Zeit! Ich hab hier Schutz! Ich seh sie! Sie sind in dem Haus! Wir laufen bei euch! Triffen! Ich wollte nichts machen! Nicht gepusht! Der Hurensohn! Fuck! Fick ihn! Er ist hinter euch! Er ist hinter euch! Er ist One Shot! Er ist One Shot! Hab ihn! Weiter in die Zone! Die Zone macht Damage! Wir brauchen die Zone! Und dann Bogen! Zone Bogen! Ich schweiß dir in der Burg! Hier ist einer! Er hat 29! 37! 121! Komm hier! Bei mir! Bei mir! Wir haben alle eine Sniper, Danny! Keine unnötige Sniper! Wir müssen zu Drip bleiben! Er ist der erste Busch! Hier ist einer Klaus! Hier ist einer Klaus! Ich hab ihn! Du hast noch ne Burg, Danny! Du hast noch ne Burg! Du hast noch ne Burg! Ich hab zwei! Drei gegen eins! Drei gegen eins! Drei gegen eins! Alles abgehakt! Sofort voll mute alle! Micky, du musst jetzt einen aufspüren! Hier! Jungs! Mörser oben! Bitte mit ihm an Ruhe! Und noch glaube ich auch! Jungs! Ich hab einen! 255 Meter! Ich krieg Schütze! Ich krieg Schütze! Direkt! Wir müssen hin! Direkt zum Lodi! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Bei seiner Flagge? Micky! Die sind da oben auf dem Lodi glaube ich! Schöne Drohne! Mit dem Lodi ficken wir sie! Ich bin tot! Bitte! Was? Du lang! Hier, Jungs! Hier liegt ne Smoke! Hier liegt ne Smoke! Jungs! Kann ich hier die Drohne benutzen? Vielleicht die... Äh... Ich kann noch eine droppen Micky! Das kommt näher! Bei uns dann geht nach! Bei uns dann geht nach! Bei uns dann geht nach! Bitte! Erstmal Platte bitte! Ich würd sagen wir gehen raus! Und wir laufen zu diesem Haus da! Vorne Karl! Ich hab 16 Platten ne! Wenn du willst nimm! Ha? Ok! Wir laufen! Wir laufen! Jungs! 11 Meter hinter uns einer! Und ich smoke! Komm mit! Ihr folgt mir! Arsch an Arsch! Wie ne Endenfamilie! Ich smoke! Arsch an Arsch! Ich smoke einmal! Ich smoke noch einmal! Oder was ist das? Was ist das? Schau, schau sie ihn! Schau sie ihn! Wir müssen auf den Scheißen Jungs! Geht nicht! Was war das? Egal! Wir werden dich nicht vergessen! Wir werden dich nicht vergessen! Wir werden dich nicht vergessen! Pause! 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 Aber warte! Ich hab ne Flair! Flair! Flair? Ich hol den Gotti! Was machst du denn? Ich bin wieder tot! Ich hab was abgekriegt! Achso! Gut! Alles gut! Das ist ein geiles Spiel! Okay! Das andere wollte ich ja haben! Okay! Dann komm! Kriegst du das Smoke? Du kannst das Smoke? Ich komm und bis ran! Jeder! Hab ihn! Dead! Da, Danny! Nein! Das Haus geht nicht rein! Das Haus geht nicht rein! Ich bin mit dem anderen Haus! Bitte! Komm rein! Save unten! Save unten! Wir move langsam mit der Zone! Über uns einer! Oder hier! Maybe sogar da! Hab ihn! Ach du heiliger Hase! Warte! Warte! Ich hab hier den Push! Hab ihn! Wir haben keine Gasmaske! Der eine springt runter! Bitte warte doch! Das Gas leert sich! Neue Sicherheitszone gefunden! Warte mal eben kurz Sensor! Vor uns drei Leute! Vor uns drei Leute im Haus! Vor uns! Genau vor uns! Wo ich hingucke! Ich werd dann den Smoke schmeißen! Ja! Da ist einer! Nicht locken! Nicht locken! Nicht locken! Nicht locken! Schock dann! Ehrlich! Wer ist mit euch? Ich hab das! Ich hab das! Ich hab das! Wir haben 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 das! Schock! Weil ich einen sehe! Ich f*** ihn! Wir warten hier! Wir warten hier! Zwei Smokes erreicht! Wir haben keine Smokes! Wir bleiben hier! Ich will bleiben hier! Okay! Wir laufen zurück in die Welt! Wenn wir das verlieren! Wenn die sich fighten! Müssen wir uns eigentlich einmischen! Müssen wir von! Er ist down! Maske! Müssen wir von Anfang an anfangen! Was? Zwei gegen zwei! Ich smoke! Ich smoke noch mal! Er ist auf dem Nacht! Nein! Er ist low! Er ist one shot! Er hatte die Auto Shotgun, Bro! Ich konnte nichts machen! Statt in meinem Gesicht! Digga! Wir haben so einen aufgespielt, Bro! Ich zeig dir, ob ich liebe! GG, Bro! Digga! Es war richtig geil! Es war eine krasse Löwe-Runde! Digga! Wir haben einen aufgespielt! Ich hab den sogar da einen aufgeholt! Es war zwei gegen zwei, ne? Ja! Oh, tut uns leid! Ah, tut uns leid, Jungs! Digga! Ich hab ihn sogar rechts gesehen! Ich wollte ihn pushen! Er war wieder weg! Er war weg! Und dann dachte ich, komm, wir move'n einfach! Nee! Ich hitter nicht mit die Griffel, Digga! Das war... In unserem am besten, Micky! In unserem G0! Besser konnten wir es nicht spielen! GG, Bro! Mehr gegen uns nicht! Mehr gegen uns nicht! G-G-G-Liebe! Es hat alles gestimmt! Es hat aber nicht gereicht, Jungs! Wir sind halt nicht Matze! Wir sind nur zwei Fettsäger aus Madeira! Das stimmt! Micky, hast du Ring geholt? Warte! Ja, ja! Ich hab ihn geholt, ja! Was geht ab, Melina? Ach, irgendwann mal lutschen nach dem Penis! Es ist ein Bomb am Macher! Melina ist wach, Jett! Das Ding ist sauber! Sie hat mich grad angeguckt und da hatte ich gedacht, was bist du für ein Bastard! Jurozona! Boah! Oder Mert, du hast dich kackt, Bruder! Der Kotschi! Sauber! Sauber! Sauber und clean! Überleb' einfach, Mert! Ja, eh, Digga! Denkst du, ich verschenke das nochmal nach dem? Verteidiger gewinnen! Das ist auch ein Bruder! Wie lange dauert das, Digga? Das macht gar keinen Spaß! Jungs, ihr habt deinen aufgespielt! Kampel, ich holen! Da sind welche! Ich flash ihn! Erster, Micky! Green Steve! Oh, ich schiere! Du kannst nicht mit der... Das kannst du nicht machen, Mert! Das kannst du uns mental nicht antun, mit der Bombe zu pushen! Krieg nicht zu sprayen, Digga! Bär jetzt nur noch auf Top! Micky, on me! On me, Micky! Ich mach' die Brücke! Ich mach' die Brücke! Ich mach' die Brücke! Hä? Wer recht nicht? Wer recht nicht? Wer recht nicht? Spike in A! Scheide, ich bin Guardian-Spieler! Ich hab' die Brücke! Ich hab' die Brücke! Digga, ich bin Guardian-Spieler! Du hast mich immer gesagt, vor zwei Jahren oder so! Da kommt die Sache des Buffels! Ich will, dass ich, nachdem ich die ganze Zeit gefickt wurde von euch jetzt, dass ihr es anerkennt, dass ich Back-to-Back-MVP wurde! Ja, hab' ich schon! Komm' noch mal! Das ist bis jetzt der lustigste Klink in diesem Jahr! So! Zeit mal! Micky, ombre! Micky ombre! Micky! Oh, mich, Michi! Was ist das, Michi? Ich hab mir gerade den Clip angeguckt, ich könnte der lustigste Clip des R's sein. Also auf jeden Fall bis jetzt. In den ersten Leuten sagen. Das war so viel. Der erste Griff gegen sich zur Barthes war so schön. Oh oh. Oh oh. Ich schwöre die Bombe hat mich so rasiert. Hilf mir Rott. Die Bombe hat mich so gefickt. Das fällt Freund in Ruhe. Nichts so, nicht so. Oh mein Gott. Jungs, 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 Jungs. Nicht so, nicht so. Danny steh auf. Nein, 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 nein. Jungs, Digga. Diese Bomben. Ey, die platzieren auch so gut diese Bomben, Digga. Das kann ich jetzt nicht tanken. Ja doch, ist ein 2-0, Digga. Oh mein Gott, Digga. Nur Kettenteil. Hilf mir. Nur Kettenteil. Ne, sauber. Komm schon, Manfred. Ja. Manni, Manni. Schlaf, schlaf, schlaf. Komm schon, Manni. Du hast es. Du hast es. Komm schon, Manni. Du hast es. Oh mein Gott, Digga. Jungs, ich kann das nicht. Wir brauchen jetzt bitte hier alles. Das war so stark. Jetzt alles, jetzt alles, jetzt alles. Du bist der Gotti, du bist der Gotti. Die Energie ist da, Digga. Die Energie ist da, Digga. Die Energie ist da, Digga. Mach das jetzt. Gotti, Gotti. Bitte, Hilfe. Bitte, bitte, einmal. Wird knapp. Wird knapp. Du hast es. Du musst es haben. Du musst es haben. Ja? Fuck. Fucking go. Oh, oh. Oh nein. Oh, du heiliger Hase. Gut Ruhrt. Gut Ruhrt. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese Bombe hat mein Leben geknallt. Ja, aber alle sind raus. Alle sind raus. Eins gegen eins. Oh, oh. Boah, ihr habt euch gegenseitig ausgedacht. Wenn wir das Pope in Chat, dann war Veilo umsonst. Wenn wir dieses Kackspiel hier verlieren. Ja, ja, ja. Das Ding ist oben. Ne, er ist wieder da. Er ist wieder da. Okay, Micky. Ich bann alles an. Halt dich bitte um. Ja, ja, du hast es. Oder? Nein. Nein, ich hab's nicht. Zwei gegen zwei, zwei. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Okay. Schleck ihn raus. Geht nicht. Ich krieg ihn nicht. Eier ist schon raus, Jungs. Eier ist raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Nein, bist du nicht. Bist du nicht. Erste Runde ist fein. Erste Runde ist immer fein. Manni, Manni, bekomm die Finger dran. Okay. Mach ihn raus, Micky. Jungs, bitte Hilfe, bitte Hilfe. Ich bin raus. Ja. Ich hab einen. Ich bin raus. Jungs, bitte. Drei gegen zwei. Nimm ihn, Manni. Und schmeiß ihn raus. Ich hab einen. Oh mein Gott, drei gegen eins. Ich hab einen. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hab euch. Digga, wie... Nein, nicht so. Nein, ich hab Lolli nur in der Hand. Ich kann das nicht mehr. Ich flieg raus. Nein. Nein. Ich flieg raus. Micky. Eins gegen eins. Du heiliger Hase, Digga. Fick ihn. Fick ihn. Micky. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig, Digga. Es ist der Büffel. Oh mein Gott, Alter. Ja. Bastarde. Macht Platz. Ich will sofort das Emote bei mir im Chat sehen. Ich hab das Foto. Oh Gott. Es ist eins gegen eins. Es ist der Gotti. Nein. Ich kann das hier nicht alles. Ich kann das hier nicht. Lass ihn los. Lass ihn los. Mein Gott, ich will das nicht. Oh mein Gott, ey. Ich hab mich auch nicht so gebraucht. Fick ihn. Fick ihn. Lieber, Ich hab mich auch nicht früher. Ey, ich hab zu fußt. Ey, du tu até sehen. Ahhhh, ich hab zu 것은. Oh nein, ich werd das nicht runter. Ey, Digga. Ich hab' Mandiset gesprungen. Jaja, es ist shower. Halt ihn fest. Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Wir sind im Trial. Wir sind im Try, wir sind im Try, wir bleiben dritte. Ich hab grad 5 Jahre Lebenszeit verloren in meinem Leben. Oh mein Gott, ich hab schon die Karten getankt. Guckt euch Mert an. Mert hat sich das alles auch angeguckt. Mert ist auch gut dabei. Wie kann man denn so einschlafen? Müssen die ficken, Müssen die ficken wirklich. Müssen die ficken Bro. Feuer, im Wasser. Mach. Knock. Der hat ne gute Waffe, glaub ich. Nein. Micky, mach deinen Move, mach deinen Move, Micky. Airstrike gesetzt. Ich hab Angst vor dem Snack. Airstrike gesetzt. Irgendwann ist los. Rauchranaden. Smoken. Ach, heilig. Ich werfe eine Granate. Er ist hier oben, er ist hier oben, er ist hier oben. Hier oben ist einer. Nur noch vier übrig. Los, beendet das Ganze. Danny fort hier. Jungs, hier komm ich hier raus. Ich kenn den. Das war's, kommen Sie her. 09 Sicherheitszone. Das ist der Vers. Smoken, Eli. Kann ich. Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Du bist so ein Macher, Digga. Haben wir's? Wir haben's. Du bist so ein Macher, Digga. Das ist der verfickte Karl. Der Karl Jungs. Das ist der verfickte Karl. Dass wir jetzt alles anspannen. Der Karl. Ist das krank. Alles muten, was geht, okay? Auch Black Screen, alles. Black Screen, alles, alles. Wir haben den Velo back to back und wir haben den Warzone win. Wir haben alles hintereinander geholt. Es fehlt nur noch Fortnite. Jungs, ich hab den schlimmsten Loot, den ich hier gesehen habe. In der wichtigsten Runde meines Lebens. In die Zone nächstes Haus looten und dann in den Busch setzen. Kommt mal kurz zusammen, Jungs. Kommt mal kurz zusammen. Ich hab auch recht nicht guten Loot. Jungs, bauen bitte einen. Fässer. Aber Danny, was ist denn jetzt das Problem? Danny kann nicht bauen, Jungs. Ich kann das nicht. Ruhe, komm her. Ruhe, komm her, Bruder. Ich bin noch da, Bruder. Alle ausrüsten die Modauswählen. Ja, super. Mach es, Danny, mach es. Komm in die Zone hier vorne, du hast Zeit. Du hast da vorne Zeit, Danny. Lass das mit mir in die Zone. Es ist alles wieder zurück, Digger. Auch meine editieren. Ach, Bruder. Danny, ich bin mit dir. Stell es ein. Weil ihr Bauern spielen wollt, ihr Bauern. Danny, Danny, reg dich nicht so auf. Dir ging es doch eben schlecht. Komm, Bro. Alles gut. Entspann dich. Ich spiele jetzt noch nicht vorher. Ich spiele jetzt noch nicht vorher. Nein, nein. Nein, Danny, du musst bauen können. Ich kann es nicht einstellen jetzt, Digger. Ich schwöre, es ist ein neues Hurensohn-System hier. Rod, Paramount, alles. Okay, und dann lass weiter. Und denk bitte daran, was ich gesagt habe. Wir spielen um Rohat herum. Es sind immer noch drei Teams, Jungs. Drei Teams auf sechs Gegner. Ich kann das nicht. Guck mal, die machen unten eine Ram kaputt und die lasern nicht einfach. Deine ganze Building ist auf einer Ram. Genau. Und bitte nicht knocken, Miki. Bitte nicht knocken, Bruder. Bitte nicht pieken, dumm. Wir sind zum Abstorben da. Okay, wir gehen Deadside. Wir gehen hier rüber. Fünf Gegner auf drei. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm mit. Das Auto gibt ein bisschen Benzin. Nein, 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 nein. Ich kann das nicht mehr. Bitte, wir müssen auch ein bisschen auf die schießen, wenn die kommen. Ja, ja, er hat recht. Gute Zone. Aber nicht unnötig schießen. Ich guck hier. Wir könnten sogar den Loot hier noch holen. Guck mal hier. Wir könnten die Dinger kaputt machen, da kommt krasser Loot raus. Miki. Keine Snipes, keine Snipes, keine Snipes. Nicht snipen, nicht snipen. Das wird jetzt der Loot hier. Fünf Gegner auf drei Teams. Machen wir die Tür mit. Machen wir die Tür mit. Machen wir die Tür mit. Ich kann die bearbeiten unten. Die sind da hinten. Ich hab sie gesehen. Da hinten. Minus 100. War Macher. Minus 116, 10. Und, macht sie low. Minus 100. Wir ziehen den Blut ab. Es ist viel zu weit weg für mich. Knock, einer. Knock, sofort knocken. Sofort finishen. Finish. Vier Gegner auf drei Teams. Es ist alles. Wir müssen den ficken. Im Auto. Mach auf Auto direkt. Okay, er sieht fast schwitzt aus. Er muss aber zu uns kommen. Wir haben die Zone, wir haben die Zone, Jungs. Nicht viel schließen. Er baut da hinten, Jungs. Miki, ich. Noch eingekillt. Ich will dir einen. Ich will dich küssen. Vier gegen zwei. Er snipet da hinten. Ich hab's markiert. Vier gegen zwei. Und zwei Teams, Jungs. Es sind Solos. Es sind Solos. Es sind Solos. Es sind Solos. Bitte nicht pushen. Nicht pushen. Wunderbar. Vier gegen eins. Headshot snipe. Ich geb dir jetzt immer meine Sniper Muli. Löwe, 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 mein Ruffy. Nicht fangen. Nicht fangen. Denk dran, was ich gesagt habe. Er ist hier. Er ist hier. Minus 30. Minus alle raufswaben. Alle raufswaben. Minus 30. Fickt ihn. Minus 32. Fickt ihn. Fickt ihn. Ich hab's dir gesagt. Fickt ihn. Fickt ihn. Fickt ihn. Fickt ihn. Fickt ihn. Ich hab's dir kaputt. Jaaaa. Jaaaa. Ich zweifle nicht. Ich zweifle nicht. Wenn du hast auch den Back to Back in Cork. Ich zweifle die Jungs. Die Jungs. Die Jungs. Und die Sniper Moon. Der schließt sich der Kreis. Bitte einmal den Snipe klippen. Wir haben's geschafft, Digga. Wir haben es geschafft. Wir haben dieses Brett geschafft. Dieser Bastard Challenge. Ich schwöre auf alles. Was ein Bastard. Wir haben es geschafft, Chats. Ohhhh. Gut gespielt, Jungs. Wir haben einen Tritt in die Fresse bekommen vom Schicksal. Wo die meisten wahrscheinlich liegen geblieben wären. Ganz genau. Aber wir sind aufgestanden und haben das Schicksal ins Gesicht gespuckt. Und haben gesagt, wir machen weiter. Wir sind das ganze mathematisch angegangen, weil es ja eine First Try Challenge ist. Dass man alles in Reihe gewinnen muss. Und selbst wenn wir super optimistisch reingehen. Ich habe euch gerade eine 40%ige Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ihr Mario Kart gewinnt. Ich habe euch eine 80%ige Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ihr Fallgeist gewinnt und so weiter. Würde man das alles in Reihe schaffen? Wir haben wirklich optimistisch gerechnet. Bräuchtet ihr 2000 Versuche. Und das wären so um und bei 8, 9 Tage. Wenn man nur mathematisch daran geht und das richtig positiv rechnet. Alles in Reihe an einem Stück. Jetzt hast du das nicht vom Mathematiker checken lassen eure Challenge. Wirklich krass. Aber merkt ihr eins. Merkt ihr eins, Trimax. Und den Spruch könnt ihr euch jetzt an die Wand nageln. Wenn die Wissenschaft und die Logik versagt, dann kommt der Glauben ins Spiel. Und ich bin gläubig, dass wir es schaffen. Verstehst du das? darfst du das? Untertitelung des ZDF, 2020